Wir testen hier die wetterfeste Minikamera mit WLAN-Sender. Für den Zugriff nutzen wir ein Android-Tablet. Die passende App nennt sich Wi-Fi-Affin und kann für Android und iOS im jeweiligen Store heruntergeladen werden. Wird die Kamera bzw. das WLAN-Modul mit Strom versorgt, baut es ein eigenes WLAN auf. In dieses WLAN kann man sich dann einloggen mit seinem Smartphone oder Tablet. Öffnet man die App, sieht man automatisch das Videobild. Videos und Fotos können auf Tablet und Smartphone gespeichert werden.